Die stellvertretenden Treue erwecken für alle Sterbenden. Entschuldigung, zwölf heiligen Nächte. Ja. Ich bitte in drei Nächten zu beten. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute stehe ich auf und neige mich gegen den Aufgang zu dir, oh Gott, dessen gnadenvolle Berufung ich empfangen habe. Der Erste ist Gott, der Vater, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Andere ist Gott, der Sohn, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und der Dritte ist Gott, der Heilige Geist, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die heiligste, hochgepriesene Dreieinigkeit behüte mir meine Seele und mein Leib. Also will ich gesegnet sein, wie unser lieber Herr Jesus Christus deiner Jünger selbst gesegnet hat. Und durch das hochheilige Sakrament seines Fleisches und Blut es uns gnädig segnet. Ich gehe aus und in das Haus über Geschwölle und Gassen. Jesus im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Maria im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und Josef im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die heiligen drei Könige Kasper im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Malchiori im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und Walter sei im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sein meiner lieben Wegbegleiter. Der Himmel meiner Hut, die Erde meiner Schuhe. Die genannten sechs heiligen Personen mögen mich begleiten und behühen. Samt allem, was ich habe, in dem Hause und außer dem Hause. Mich und alle Menschen, die ich in mein Gebet einschließe. Besonders, und jetzt bittet man noch mal besonders für... Vor lieben und müdden und bösen Leuten mögen sie uns bewahren. Die mir begegnen, müssen mich alle lieb und wert haben. Dazu verhelfe mir Gott, Vater, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott, der Sohn, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott, der Heilige Geist, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Maria, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Josef, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Kaspar, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Melchior im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Balthasar im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und die vier heiligen Evangelisten im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Auf ihre Fürbitte sei Gott, der Allmächtige, stets mit mir in allem meinem Tun, handeln und wandeln, gehen und stehen, arbeiten und wohnen, Er sei auf dem Wasser oder Land, wo Feuer und Brand wolle Gott mich bewahren mit seiner starken Hand. Gott, dem Vater, ergebe ich mich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott, dem Sohne, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Befehle ich mich. In Gott, dem Heiligen Geist, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes versenke ich mich. Die heilige, hochgelobte Dreieinigkeit sei über mir. Jesus, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Maria, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und Josef, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Seien vor mir, Kaspar, Melchior, Balthasar. Seien bei mir zu aller Zeit, bis ich komme, in die ewige Freude und Seligkeit. Dazu helfe mir Jesus, Maria und Josef. Amen. Wie dieses Gebet zwölf Abende erbetet, erlangt für das ganze Jahr hindurch Schutz und Segen. Wie dieses Gebet zwölf Abende erbetet, 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 erbetet. Wie dieses Gebet zwölf Abende erbetet, 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 erbetet.